Herzlich willkommen zur aktuellen Umlaufmappe. Diese Woche möchten wir über das Klimaschutzkonzept reden, welches gerade auf der Homepage der Stadt Neuwied zur Beteiligung ausliegt. Seit vergangenen Sommer ist das Projekt am Laufen und in dem Auftakt-Workshop damals haben über 100 Beteiligte viele Ideen und Maßnahmen eingebracht, die in der Folgezeit in der Verwaltung und mit dem beteiligten Institut priorisiert und koordiniert wurden und zu einzelnen Maßnahmen ausgearbeitet wurden. Es liegen nun in vier Handlungsfeldern erneuerbare Energien, private Haushalte, kommunale Einrichtungen und übergeordnete Zielsetzungen 29 Maßnahmensteckgriffe vor, die auf der Homepage abrufbar sind. Wir würden uns sehr freuen, wenn eine rege Beteiligung Ihrerseits in den folgenden Wochen dazu führt, dass neue Anregungen und Ideen dazukommen und wir in dem Arbeitsworkshop am 11.07., zu dem wir Sie herzlich einladen, wir abschließend und umfassend diskutieren können.